Schau mal, wenn ich rausgehe und habe einen wunderschönen Frühlingstag draußen, die Blumen sind am Blühen und die Wiese ist grün und ich gehe raus und habe schlechte Laune und sage, alles doof, morgen regnet es bestimmt wieder, naja, und ich habe trotzdem schlechte Laune. Das heißt, die Situation an sich, dass es draußen schön ist und Frühling ist, die ändert sich nicht, aber deine Stimmung beeinflusst, wie du die Dinge siehst. Und du schaust dich halt im Spiegel und siehst halt nichts Schönes und da kann die Wiese so grün sein, wie sie will und die Blümchen so schön blühen, wie sie wollen, du wirst sie nicht wahrnehmen, weil du bist in deinem Verstand nicht in dem State Angekommenes zu sehen. Das schönste Model kann sich im Spiegel anschauen und sich hässlich fühlen und dick fühlen. Es ändert nichts an der Tatsache, dass sie schön ist und dass sie dünn ist, aber sie kann es selber nicht sehen. Das ist so eine verzerrte Wahrnehmung des eigenen Körperbildes. Die hast du, weil ich finde, du bist wunderschön.